Der Kalender bei Microsoft Teams. Damit das Ding funktioniert, muss es erst angelegt werden. Ich bin jetzt hier in einem Team und muss als Lehrkraft auf Plus schalten und den hinzuzufügen, sonst ist er nicht da. Und wenn ich dann auf Plus geschaltet habe, ist es gleich das Erste. Schaut euch auch mal Listen und Webseiten und so alles mögliche an. Aber jetzt geht es um den Kalender. Der Name würde schon passen und hinzufügen und der Kalender ist da und für alle sichtbar. Und jetzt können Lehrkräfte und Schüler hier Termine eintragen und Termine anschauen. Es gibt dann nicht nur, das ist jetzt der Kalender für dieses Team und dann habe ich auf der Seite immer noch meinen Privatkalender, wo sich sämtliche Termine sammeln. Also jedes dieser Teams hat einen eigenen Kalender und hier habe ich alles. Ich finde diesen Kalender nicht ganz so übersichtlich, deswegen kann ich auf einen Outlook-Kalender auch zugreifen. Dann klicke ich da hin und dann gehe ich auf Outlook. Ich finde das ein bisschen übersichtlicher, bin im nächsten Schritt hier bei den Nachrichten. Und also das hier ist die Nachrichten und hier ist der Kalender und wenn ich da bin, habe ich einen Kalender, so wie man das eben üblicherweise kennt. Da würden sich sämtliche Termine sammeln. Das kann man auch am Handy benutzen. Da brauche ich neben der Teams-App noch die Outlook-App. Und dann habe ich alle Teams-Nachrichten, also den Kalender habe ich dann auf der Outlook-App und die anderen Teams-Sachen auf Teams und dann die OneNote-App. So, ich finde es gut, mir fehlt ein bisschen was. Ich finde es gut, dass zum Beispiel bei der 8a sämtliche Schüler auch Termine posten können, aber wenn wir den Kalender für die ganze Schule benutzen und 800 Schüler posten irgendwelche Termine, dann wird mein Outlook-Kalender komplett überlaufen. Und da sehe ich noch keine Lösung. Ich suche noch nach einem Konzept. Im Moment müssen wir einfach darauf hoffen, dass nur die Leute Termine eintragen, die wirklich einen wichtigen Termin haben und dass man darauf achtet. Mathe-Termine zu Mathe, Lehrer-Termine zu Lehrer. Hier kommen dann lauter Termine rein, die die komplette Schule betreffen. Und hier die 8a-Physik-Termine. So könnte das aber eine deutliche Verbesserung werden. Wir hätten eine moderne Schule. Endlich.